ARD Text im Auftrag von Funk nicht gegenseitig töten, sondern nur Xenny Nicht töten, nicht töten Boah, oh fuck, sorry Danis dabei, Danis dabei, der macht mit Der hat mich grad umgeballert Fuck you, Can Fuck you Boah, ich kann mit der Waffe nicht spielen Die ist komisch Boah, Alter, wie er sie alle fertig macht mit der Kotzwaffe Ja, so, hab ihn fertig gemacht Stopp, nicht dahin zu legen Fuck, Spaß Du mit Nudeln, ey Ich bin schon fünfmal gestorben Ich bin fünfmal gestorben Ich mein, ich hätte einen Tod weniger, wenn ich nicht dieser Kaktur ab mich getötet hätte Oh, er hat's auf die Hoffnung, Scheiße Was? Kampfmesser? Hey, ein Messer? Juhu, ein Messer Nein, wieso? Wieso? Alter, wie Can abgeht? Geht gar nicht klar Lass euch mal entmuten, die Fotze Ja, ich hatte dich getroffen Komm mir ernsthaft Es hat euch jeder gesehen Ich hab ihn voll ins Messer reingerammt Und hat nicht gewischt Was? Wo kommt denn der her? Du Klarklappen, Alter Jetzt hat der schon zehn Kills Ja, schon wieder Pfff Ernsthaft? Nee, Can hat an Can hat richtig geil an Er hat einen an der Haarenblase Deine Mutter an Deine Mutter an Wo? Ja, das war jetzt die zwei auf einmal haben mich gekillt Boah, Nico Fick dich Kleines Drecks Boah, dann kommt jetzt die Ballista, wo da noch immer mega OP damit ist Ballista Standard war fair, johu Jetzt spüre ich das zahl, 100% Also wie wir anderen Boah, so war ein Dreckskind, ne? Hi Julian Bin bei Ballista so schlecht Was macht der denn da, intern Jonge? Dreckskind, Alter Ach, Alter Ja, das ist doch ein Scherz, Alter, Can schießt immer vorher Loll, das ist die Friedensstifte, das ist die Ding, die, ähm, CLS, äh, DLC 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 war fast Kein Rückstoß, das ist voll cool Doch, hat sie Ganz wenig Toll, Nico, wenn ich was kennst, dann töte mich gefälligst nicht Doch, Mann Ich muss dann töten Ich weiß nicht, welcher von euch kackspastend es ist Kackspast, der dich immer tötet Nico, fick dich Eiskalt Fuckin, kein Schaden Joong Boah, scheiß Daddy, Alter Enderwärtig, Mistgeburt Bestgeburt Halleluja Das wird spaßig Das ist so gestört Ja, genau, Alter, was hat denn der andere, der guckt um die Ecke, BAM, weg Das ist so sinnlos Oh fuck Boah, Nico Ja? Geh dich erhängen Erhäng nicht, Alter Ich tube nicht, ich bin viel zu ehrlich dafür Oh fuck Oh ne Lieblings Waffen, Mann, Alter Beste, 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 Beste Ach, da ist er Ich kann mit Dual Waffen gar nicht, Alter Ganz generell nicht Das war scheiße Die ist voll komisch, ich mag die nicht Das ist 577, Alter, Beste Waffe überhaupt Ja, mein Penis ist die Beste Waffe überhaupt Nee, ich komm damit gar nicht klar Gut, na gut, hab ich Wegen den Meister hast du halt echt keine Chance mit dem Ding, ne? Ja, die Waffe, ja, Can hat aber auch richtig hart an Alles schlecht, Mann Verpiss dich Gib dir die Cam, gib dir die Cam Kannst du knicken, deine Mutter gibt die Cam, Alter Niko, bleibs stehen, du Lass gleich nochmal machen Lass gleich nochmal den Modus spielen Niko Niko Hä? Gäwene, ihr seid scheiße Ja, kacken darf man Ja Oh, bist du schlecht, Niko Boah, dann soll ich mal anfangen wieder zu reden, ey Niko Hm? Weil die steht auch mal geil da Niko, Team Bra Niko, Team Bra Naja, ist doch gut Der hat mir voll in die Eier geschossen, der Wichser Du hast ja voll in die Eier geschossen Na, ich muss meinen Steam Namen noch ändern, stimmt ja Niko Nobar With Bra With Bra Naja, ich schreibe ihn mal irgendwas cooles in seinen Lebenslauf PS PS Dings da Beschreibung ändern Was soll ich schreien? Dann stinkt nach Kacke Das soll wieder onkommen wie vorzu Also ich bin ein kleiner Minderwertiger Warte Weretiger Scheiße Weretiger? Minderwertiger Fuck ich gar nicht rein, wenn ich lange Waffenspiel, komm Waffenspiel 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 Besser als du, du Spass Wow Was für eine Kunst Ja, hast du gesehen, ne? Hey Niko, wenn es da nachgegen, dürfte ich in Borderlands die ganze Zeit entscheiden Ja, schon auch wieder Also, come on Ja, bei Borderlands müssten wir gucken, wer noch mehr Kills und sowas macht und mehr Damage macht, da wäre ich auch wieder ganz hoch Ja, wer... Wer weniger... Nicht Stock und Stein, Alter, nein Zu spät, ich kann das nicht stoppen Nein Nein Escape und so Drecks Tüber, ey Stock und Stein Warte, Can flucht grad voll rum so Nein Willst du spielen Oh yeah Dreckskinder, Alter Ja Macht Zeddy da eigentlich schon wieder da Wollen wir wieder rankommen Da muss ich hier auspacken Einpacken Boah, nee Boah, doch Was mit dir? Was ist da los? Ach, selten Danke, da darf ich nochmal Kopf schießen Ja, leck die Scheißhauten Hauptsache, er kann plötzlich besser zocken, wenn er gemutet ist Wat war dat bitteschön, Alter? Ich hab mich voll gemessert Boah, dieses Dreck So ein Kakelarm Geht gar nicht klar, Alter, ich messer grad voll scheiße Treffst das vorhin gar nicht Gott, ich hab dich voll erwischt Das ist ein Scherz Ich hab Can wirklich voll erwischt Das hat mich getroffen Was geht wahrscheinlich grad schief, Mann? Ich kann überhaupt nicht messern Ne, der hat irgendwie an Ich weiß nicht, was der macht Der hat an auf jeden Fall Also das geht gar nicht Der leckt aber auch übelst hart, ey An deinen Eier Ich hab grad... 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 Ey, Mann, ich kann danach nicht messern Was? Du warst doch noch nicht mal bei mir Boah, dieser Ping-Nachteil geht voll auf den... Piss Der Mois ist ein Ping-Nachteil Ich hab ein 200er Ping, ich weiß nicht wieso Das nervt einfach Da kannst du ja nicht gescheit Black Ops zocken Ja, und besser als ein 900er Ping Geht alles 900 wäre doch verkraftbar Warum sind denn jetzt eigentlich immer alle AFK im Laber-Dings? Julian labert nicht Ja, deine Mutter labert nicht Boah, Alter Boah, Alter Alter, ich raste gleich aus Ich wurde grad echt gedemütigt mit Sadie Mit kleinen Dreckswur, das ist sowas von tot jetzt Schon wieder... Ja Sadie, die kleinen Dreckswur, komm her Bla, stirb du Minder-Wertiges Jetzt hat er mich zwei Mal ge... Boah, 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 boah Nö, Nö, Nö Geht gar nicht klar mit Sadie, ne? Wird gleich gekickt, alter Kriegt ganz sicher jetzt nicht mehr seine Admin-Rechte wieder Einfach aus Prinzip Hättest es ihm auch so nicht gegeben. Boah, Nico. Boah, Alter. Warte, das kann ich denn vor dir konnt ich nicht lifen. Nee. Boah, das nervt aber, weißt du, dieser Drecks-Ping. Ich hab noch mal einen 50er-Ping. Was für eine Ping? Ja, 200! Der hat's schon wieder getan. Bei mir auch. Nee, ich hab John sehr wütig. Digga, ich hab den 62er-Ping, das ist schon hoch. Ja, endlich! Okay, dann werden jetzt alle Nico töten. Nico, wo bist du? Ich hab den Tomahawk voll in die Fresse geworfen, ne, Nico? Keine Ahnung, aber ich messe auch die ganze Zeit irgendwen. Also ich, volle Rotte getroffen. Hallo. Bobby? Ja, was geht's? Was ist da los? Nix, da ich besuch dich mal. Toll. Ähm, ja, was ist denn mit später? Daniel, mein, irgendwas, wir müssen lesen und schreiben, weil ich schule wieder anfängt. Was meint Daniel? Boah, dieses Drecks! Mann, stirbt doch endlich! Ähm, ja, keine Ahnung, er meint sogar, du wüsstest das. Alter, wie der Fortteepot! Was wüsste ich? Ich weiß nur, dass er immer rumflamt, weil er irgendwie lernen muss. Ja, ja. Wieso muss er lernen, Alter? Es sind Sommerferien. Keiner muss in den Sommerferien lernen. Ja, doch. Ja, ja, doch. Ja, Stefan! Ja, ihr seid Studenten, ja. Die futtern Studentenfutter und so. Ja, ja, ist da, komm. Gönn dir. Habt ihr, ich hab noch nicht einmal Studentenfutter gegessen, ne? Ich auch nicht, ne? Ne, ich auch nicht, ne? Nö, ich auch nicht, ne? Nö, ich auch nicht, ne? Nö, ich auch nicht. Wir haben noch ein bisschen abgelaufene Tomaten rumliegen, jetzt die Fresse, Studentenfutter. Lecker. Ja, ich hab verlaskelt, aber ich hab doch verloren. Bumm. Bumm. wir sind ja auch ein.